Ich habe nicht gesehen, was ich nicht begleitet habe. Ich habe es gesehen, wie die PDO Mölle ist. Das stimmt. Wir sind in ihrer Tür angehen und ihr seid Team von der Tür. War die eine Prison-Tür eigentlich nicht offen? Hab ich nicht geguckt. In der Prison habe ich nicht in der Tür gesehen. Ich habe bei der Tür gesehen, bei der es gerade eine Message指ht. Ingo ist noch playing in der SIE Ist egal, das ist ein bisschen Ähm, ich mein, die linke Barrack-Tür war offen und jetzt ist sie zu Ja, aber nicht Nicht Bristol, sondern Barrack Äh, du könntest irgendwie recht haben Oder ich hab nie genau hingeschaut Nö, ich bin mir eigentlich sicher Guck mal, da glitscht auch was durch die Wand, oder? Nichts vor der Tür Nur weil es ist auf der anderen Seite auch Ist irgendwas im Gebäude Ich bleibe das mal im Auge, guck du weiter in der Umgebung rum Ja, mach ich Müssen wir angucken, dass hier links keine Zombies pullt Ja, Spieler Steht Wo? Barrack Schwarz gekleidet, geht in die mittlere rein Ich seh's, ja Komm mal Ja Jetzt lockt er 100 pro Ich würd locken jetzt Gute Ahnung, der stand aber gut gerade Was geschossen War kurz vor der Tür, hat er angehalten Und ich sag, links ist auch irgendwas, weil da ist die Tür zu Ja Die war vorhin offen Ja, die war auf Ich dachte, er kam da jetzt raus Nein Achso Also gut Einer in der Badewanne rechts, in dem Badezimmer bei der mittleren Racks Definitiv Kurz durch die Wand geglitscht Ich sag ja Es sind jetzt zwei dran Die sind aber, die müssen da eingeloggt sein Hoppa Nee, die sind von hinten hingelaufen, die waren erst zum Brissen Wie viel sind das auf die Racks? 700, ne? Ja, zicker Zieh halt nicht aufm Kopf, sondern irgendwie mittig So, Torso, Mitte Aber wenn der läuft, dann hast du eh keine Chance Kannst knicken Ja Ich hab Schuss gehört, ja Da schießt einer mit AK Wo? Ich hab nicht gehört Ja, auf den Racks, hab ich auch gehört Ich glaub das sind keine Freunde, Ingo Wirklich So nice Sieht einer noch auf die dritte Rack, die sehe ich nämlich nicht mehr mittlerweile Ich hab die Pose getramed Ja, das ist die Tür noch offen Okay Oh, ich würd fast gern hingehen Ich hab halt da eigentlich genug Schuss, um da irgendwas zu rushen Mit 19 trau ich mich nicht gegen irgendwas AK mäßiges Ich guck grad ein bisschen Jetzt Fenster Aber da könnt ihr nicht durchschießen Ne Zweiter Raum quasi Also Badestimmer beim ersten Raum Ja, ich seh ihn auch Back da raus aus der Wand, ne? Jo Das ist genau der da reingelaufen ist Ich hab ne Granate Ah, ich seh ihn ja Oh 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 Ja, wenn du willst kannst du hinlaufen, Ingo Wir versuchen deine Sachen zu retten Ich glaub nicht, dass wir da was retten müssen Ich hab grad am überlegen Hey Ich hätt auch nur ne Flashbang Also hätt ich ansatzweise mehr Schuss für die MP5 Würde ich sagen Go Aber mit 19 Schuss komm ich glaub ich nicht verhalten Ich bin mir halt nur nicht sicher was da abgeht Also wenn da halt mehrere sind Also richtig viele Dann ist es halt an Ja, aber wir können dich ja zuhörstig noch coveren, weißt du? Wenn du da reinrushst und da schieß nochmal Ich kann mir aus der Seite hier überhaupt nichts passieren Eben Eigentlich nicht Wobei, haben wir auch mal das eine mal gedacht Da bist du doch auch übers Feld gespründet Und dann haben da die Sniper auf dich das Feuer eröffnet In der Fenster, ne? Im zweiten Ja Ja Ich geb dem dem Ganzen noch 5 Minuten, dann entscheide ich Gucken was da passiert In 5 Minuten hat sich die Sicherheit zu machen Ich würd ja sagen, die schießen gegenseitig durch die Fenster auf sich Möglich Ich kann dir noch ne Granate geben, Ingo Ja, ich bin grad haupt am überlegen Du kriegst beide Wrecks den Schuss auf uns Auf uns? Ja, hier schlägt irgendwas ein Ja Auf mich nicht Ja Ich schätze mal vorm Airfield vielleicht Ja Der kann mich aber nicht sehen Ich hab mich jetzt grad hingelegt Der versucht noch auf mich zu schießen Ja Ich hab grad den Schuss gehört Kam Richtung Airfield Also ich weiß nicht, ob's auf mich ist, aber es schlägt irgendwo hier in der Nähe ein Ich war ganz arg in meiner Nähe Ich hör nur die einen Schüsse Wow, der war eng Ich muss mich wegbewegen Ja, hör ab Okay, ich laufe Ich zökel auch weg Kommt definitiv oben von der Ja Ich zirkel weg Das Feld nach unten Richtung Straße Das Feld nach unten Richtung Straße Und dann laufe ich in die Stadt und flank sich Cabanino oder Wieber Cabanino Cabanino, das linke halt Da wo wir, wo die Kirche ist Mhm Mhm Hat irgendwer in der Zeit zum Airfield geguckt? Ich guck grad Also ich bin nach unten weg Ich seh dich nicht Und flank dann Aber ich bin jetzt safe Ich ignoriere die Military Hierödisch können die mich da ja nicht abschießen Ja Es schießt auch keiner mehr jetzt Ja Ich schätze mal das war Airfield Sniper Hill Ja Ich geh in die Stadt und dann laufe ich quasi diese Straße an dem Schuppen Richtung Airfield Airfield Für mich hat sich das angehört wie der Rackgarten Also dieser Wald Ja Bei den Racks Das ist auch so ein Hügel Man kann nicht auf uns schießen Das ist ein Hügel Da ist ein Zombie im Feld Ich bin jetzt am weißen Haus von der Stadt und laufe jetzt da die Mauer vor Boah Boah leck Dass die uns gesehen haben ist übelst krass ey Ja du bist wahrscheinlich von hinten irgendwie ein bisschen durchgeglitscht Du hast doch grad gepackt eben Ich bin äh ich bin auch ich also ich saß offen an einer Mauer ne Ich hab einfach über eine Mauer geguckt Schutz zur Military Base Und nach hinten war ich frei Basta bambang Ja wenn er nach hinten komplett frei war dann haben sie auf dich geschossen Jaja auf jeden Fall aber der hat mega schlecht gezielt Der hat überhaupt nicht gesehen am Anfang Ich war mir nicht mal sicher ob es in meine Richtung ist Jaja ich dachte der schießt auf mich aber Wow jetzt schießt auf mich Ne das war auf mich Das war definitiv auf mich Das hat auch bei mir richtig nah geknallt Boah das war richtig nah Dann war's scheiße nah bei mir Kann sein Ich bin jetzt den Feldweg pass durch Wer läuft da? Ich Ich krabbel grad Da ist ein Zombie Zombie gestartet auf den Gelegenen Bis auf mich Ich hab ihn Ich lauf weiter in die Stadt Bis auf mich Ich wurde gehitet Ich wurde gehitet Ich wurde gehitet Ich weiß nicht von wo Wow Hier ist einer Hier ist einer in uns Da ist einer in der irgendwo bei uns wo wir waren Ich bin unconscious Ich bin gedroppt Aber der ist auf jeden Fall oben da wo wir drin waren Ich wach glaube ich wieder auf Ich hab Oder? Hä ich hab grad irgendwie Ich bin aufgewacht Ich wechsle auf MP5 Schnauze Ich bin an der Mauer wieder Am Baum Ich blute nicht Oh Gott meine MP5 ist ruined Fuck Ich komm von der Cabanino Seite auf dich Ich seh nicht wo der ist Ich seh dich Ich bin auf dem Feldweg Weißt du Also quasi hinter dir Ja Die denken ich bin tot wahrscheinlich Du läufst vor mir Ich lauf nicht Ich hab einen gehittet Läuft noch Welche Richtung? Genau da wo wir waren Hab ihn glaube ich Einer läuft raus Schießt auf mich Hab ihn hab ihn Nice Noch was? Welche Richtung? Mehr seh ich da nicht Wieder immer noch in der Reihe von uns Ingo Ich hab zwei tot Die sind schwarzen ne? Schwarz gekleidet Ich hab noch nen Schuss gemacht Ja ich hab noch nen Schuss gemacht Ja wir sind down Ingo komm Boah Nice Einen hab ich aber glaube ich auch voll Alter ich hab so graue Sicht ne What the fuck Ich glaub mal nach Ob es so viel ruiniert Der die Antifize ist ruined by the way Also ich bin hinter euch Shit ist so weit bis läng Und da bist bestimmt angezeigt auf der Militarrier oder so Das sind die auf der Militarrier Für der eine war der schwarze Motorradhelm Das kann auch sein Und das können wir nicht vereinen Äpfel fürs Team Moosien alles dran Alter Team Moosien Und nie Das Magazin ist auch ruined Also ist alles ruined von Antifize Boah bin ich im Arsch Ich hol mir seine Moosien Ich wette die haben uns gehostet Alter Diese Sixer Weil das hätten wir auf jeden Fall gesehen Sonst wenn die da kommen Das ist echt krass Ja ja die haben gelockt Und dann halt bei dem Hintergrund Ne Richtige Sixer Habt ihr die Balle gelootet jetzt? Noch dabei Den Schwarzen Wer läuft da? Hier ist der andere Der hat wohl hat der AKM AKM mit TSO Und drumlack Nimm Duse Dann ähm Der hat mal mit dem Moosien Warte Der hat ne Fritz bis 10 Dann sind die Der hat noch ne Akzu Ich nehm die Akzu jetzt Ja ja Geh mal dann noch den anderen luten Wo ist der da? Wo haben die die? Ich leg dir die Moosien her Ich mach auch keine Moosien Ich bin über 15 die hatten Kompensator schon her Achso ja ich hab auch einen Kompensator Gerne ziehen ihn runter Verlassen den Gangröpter Ja Ich kann die Moosien nicht Anvisieren Ah jetzt Zack Das hab ich Ok Das haben ihn ausgerüstet Slow range nehm ich mit Ok ich versteck ihn dann Ja Ja Ich hab seine High Capacity West mitgenommen By the way So ich glaub jetzt nach hinten weg Wir sollten weggehen Nach der Cover ist Cover Jo hat den anderen jemand Bei uns gemacht Ich hoffe Warte kurz Ne ich hab so viel back in Ok Ja so Moosien muss ich auf jeden Fall Die müsst ihr alle mitgenommen haben Ja hab ich Ok also wir gehen Richtung K-Bahn ne? Ja Ja Boah wer teleportiert da rum Ist einer von euch mit dem Helm ne? Das ist einer von euch mit dem Helm ne? Nein das ist noch ein anderer Ich hab'n glaub ich Da oben ist noch ein anderer Schwarz schwarzer Helm Ich bin tot aber ich hab'n mega gepumpt Fuck was mit dem Tja Genau Ich hab'n